Es gibt neues Zubehör für den Raspberry Pi 5, konkret haben wir einen neuen Head, der SATA nachrüsten kann. Das sind insgesamt fünf Anschlüsse, vier sieht man hier oben. Damit könnte man sich dann eventuell sogar ein kleines NAS mit einem Raspberry Pi bauen. Großartig! Wer meine vorherigen Beiträge angeschaut hat, wird sich jetzt fragen, warum denn jetzt auf einmal SATA, wenn wir doch M2 haben. Schon im Dezember habe ich hier einen Head vorgestellt, der kann eine SATA-SSD an den Raspberry Pi 5 anbinden. Hier unten sieht man ihn, den habe ich aktuell auch einmal getestet und in diesem Beitrag ausführlich beschrieben, wie man den montiert, wie das Ganze hier funktioniert und auch die ganze Software-Seite, also die Installation von Raspberry Pi OS plus die Aktivierung von dem Ganzen, damit das funktioniert. Also hätten wir hier doch ein schnelles Speichermedium, warum braucht es da jetzt auf einmal SATA? Ihr seht es hier an dem Bild, da passt bloß eine SSD drauf. Das mag als Systemlaufwerk vollkommen ausreichend sein, damit kann man dann die Speicherkarte ablösen. Doch anders sieht es aus, wenn wir jetzt wirklich größere Mengen an Speicher benötigen, dann sind solche SSDs mit ein paar Terabyte meist nicht ausreichend und zudem auch relativ teuer. Für größere Speichermengen ist SATA weiterhin die Technik der Wahl. Hier gibt es sowohl SSDs, die relativ viel Speicher und relativ günstig das Ganze anbieten können, aber eben auch die Festplatten, wenn es richtig viel Speicher sein soll, dann eben auch die großen 3,5 Zoll Platten, die nochmal deutlich mehr Speicher bieten. Derzeit sind wir da ungefähr bei so 20 Terabyte pro Platte, also da kann man sich ein richtig großes NAS mit aufbauen. Bei dem Head hier ist der Gedanke, dass man, das sieht man hier unten, dort die Festplatten oben aufsteckt, also so ist der montiert dann oben drauf als Head. Jetzt kann man hier verschiedene Festplatten, hier haben sie jetzt 2,5 Zoll Festplatten genommen, also die, wo man aus Notebooks früher kannte, die etwas kleineren, die kommen hier in so einen Käfig rein, werden hier oben drauf gesteckt. Dann kann man das Ganze noch in ein Gehäuse packen, um das schön zu verstauen. Hier sieht man das, da gibt es dann auch die Möglichkeit, noch einen Lüfter nachzurüsten, um die Festplatten zu kühlen. Hier hat man dann so einen Turm, ungefähr so groß wie so eine Cola-Flasche, die ist jetzt hier chinesisch, ich vermute mal, das ist so ein halber Liter ungefähr, also ziemlich kompakt verglichen mit PC-Gehäusen. Der Pentahead hier, der ist gar nicht so neu, den gibt es schon seit 2019, damals exklusiv für den RockPi4, den hauseigenen und den Raspberry Pi4. Beim RockPi4 ist die Besonderheit, dass der damals schon M2 hatte, ich habe hier mal einen rausgesucht, auf der Unterseite hat der hier direkt einen M2-Slot drauf, wo man eine SSD einstecken und einbauen kann, also komplett ohne Head. Kann man hier auch in der Beschreibung nachlesen, erweiterbar mit einem eMMC-Modul oder eben eine SSD, die hier per M2 angeschlossen wird, auf der Rückseite, wo ich es eben gezeigt habe. Das klappt natürlich nicht beim Raspberry Pi 4, denn Raspberry Pi 4, der hat kein PC-Express, kein M2, kein nichts, der hat bloß USB, deswegen musste man sich hier einen Umweg über USB einfallen lassen. Hier unten sieht man ein schönes Bild, da gibt es hier so einen Adapter-Stecker, der geht auf beide USB-Anschlüsse, also hier sind die USB 3.0-Anschlüsse vom Raspberry Pi dahinter, mit dem wird der verbunden, also ein Umweg nach außen über USB, der ist nicht intern nativ angeschlossen, wie jetzt zum Beispiel hier direkt auf dem Board. Nachdem der Raspberry Pi 5 ja mit PC-Express erschienen ist, hat sich der Hersteller nun diesen Head, der ursprünglich für den RockPi gemacht wurde, also der, wo direkt nativ über PC-Express angeschlossen wird und daher eben nicht mit dem Raspberry Pi 4 kompatibel war, deswegen hat man sich hier das angeguckt, hat geschaut, kann man das auf den Raspberry Pi 5 übertragen, weil der ja auch PC-Express hat. Oma hat festgestellt, ja, das ist vergleichsweise einfach möglich, weil die auch technisch relativ ähnlich beim Raspberry Pi ist, wie sie das bei sich selber umgesetzt haben. Herausgekommen ist dann hier die Edition, die ich euch gezeigt habe, man hat nämlich nur festgestellt, dass man ein anderes Kabel braucht, man sieht es hier schon an der Farbe, die ist unterschiedlich, warum? Das liegt daran, weil der Raspberry Pi auf einen FPC-Anschluss setzt, der unterscheidet sich vom Rock 5 und vom Rock 4, deswegen hat man hier einfach ein neues Set mit diesem Kabel erstellt. Man muss hier also gar nicht so viel anpassen, außer eben ein neues Kabel beilegen, damit er auf die FPC-Buchse vom Raspberry Pi 5 passt und dort angeschlossen werden kann. Man sieht es schon, hier sind vier SATA-Ports verfügbar, dazu gibt es einmal noch E-SATA an der Seite, was man jetzt hier von oben nicht sieht, das wäre hier der Anschluss. Man kann damit eben insgesamt fünf Festplatten oder SSDs am Gerät anschließen, hier haben sie es nochmal eingezeichnet, wie oben gezeigt, da ist der E-SATA-Anschluss. Das Ganze wird entweder über so einen runden Stecker mit 12 Volt, also mit einem Netzteil versorgt, oder aber per ATX. Hier ist jetzt der Molex-Stecker drauf, Standard, ja, finde ich da ein bisschen spannend, der wurde ja schon vor Jahren abgelöst von den SATA-Steckern, die kennt ihr wahrscheinlich bei jedem Laufwerk. Trotzdem ist das kein Beinbruch, die meisten Netzteile haben auch heutzutage noch mindestens einen Molex-Stecker oder aber zumindest einen Adapter beiliegend, dass man auf solche Geräte anschließen kann. Bis zu 100 TB sind damit möglich, also ganz schön ordentlich. Ebenfalls interessant, man kann da einen OLED-Bildschirm anschließen. Hier, das ist dieser Erweiterungsanschluss, auf dem Bildschirm werden dann Statusinfos angezeigt, zum Beispiel zur Speicherauslastung und auch ein Lüfter. Die Platten, die kann man in verschiedenen RAID-Levels betreiben. RAID 0, also einfache Zusammenlegung der ganzen, das ist sehr unsicher. Bei einem Festplattenausfall alles weg. Dann RAID 1, einfache Spiegelung und dann als höheres RAID-Level noch RAID 5, was gerade bei größeren Mengen an Platten sehr viel Sinn macht. Für den Dauerbetrieb ebenfalls interessant, man kann die Festplatten in den Bereitschaftsmodus versetzen, damit die nicht ständig vollen Strom ziehen, sondern dann eben weniger Energie verbrauchen. Wer jetzt interessiert ist, der wird sich momentan noch ein bisschen schwer tun. Bei Amazon.com ist er zwar gelistet, aber eben bloß international. Bei Amazon.com nach Deutschland, wenn man das hier als Lieferland angibt, Lieferung nach Deutschland, derzeit nicht verfügbar, kann man das also nicht bestellen. Dafür muss man physisch deutlich weitergehen. Hier zum Beispiel einen Shop aus Hongkong. Da ist er gelistet für 42,95 Euro, lieferbar hier in der Edition für den Raspberry Pi 5. Den gibt es eben auch noch für die verschiedenen ROC-Modelle vom eigenen Hersteller. Hier kann man das auf dem Bild auch nochmal sehen. Das hier ist dieses Anschlusskabel, das mitgeliefert ist. Man bekommt also den Head plus Montagematerial, noch ein Kabel für dann E-SATA, aber den Rest, den muss man sich alles noch dazu kaufen. Wenn man hier mal eine deutsche Adresse angibt, dann zeigt er einem die Versandkosten an. 11,95 Euro kommen dann noch mit dazu. Das heißt, insgesamt wären wir hier bei rund 55 Euro nur für den Head. Dazu kommt natürlich noch ein Raspberry Pi selbst. Da habe ich hier schon mal einen Beitrag zu gemacht, wo ich das weiter unten erstmal so ein bisschen Kaufberatung gemacht habe. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Dann welches Zubehör. Plus ganz am Schluss eine kleine Auflistung, so als Beispiel, zwei Szenarien. Was brauche ich so? Minimal kommen mir also noch 95,70 ungefähr dazu. Mindestens das käme jetzt noch dazu. Plus weiteres Zubehör. Ich möchte ja vielleicht noch ein Gehäuse haben, um das Ganze da einbauen zu können. Sowie eben die Festplatten, die ich dann hier draufstecke. Damit ist man auf jeden Fall mindestens im unteren dreistelligen Bereich. Preislich muss man sich hier dann die Frage stellen, macht das wirklich Sinn oder komme ich da, gerade wenn gebrauchte Geräte in der Alternative sind, nicht auch im x86-Bereich irgendwo unter. Da kann man dann oft günstiger fahren. Zumal dort auch mehr Flexibilität dazu kommt, denn die Raspberry Pis haben ja den Nachteil, da ist alles aufgelötet, da kann ich eben nicht später nochmal RAM nachrüsten, wenn ich merke, ich brauche mehr Speicher. Das ist da ziemlich eingeschränkt. Rein technisch muss man hier aber sagen, schließt der Raspberry Pi 5 mit diesem Zubehör einen guten Schritt in Richtung x86-Welt auf. Wenn wir uns hier jetzt den Anwendungsfall von einem NAS angucken, da habe ich bisher tendenziell abgeraten, außer für so ganz kleine NAS-Systeme, weil man eben bloß sagen kann, ich habe entweder, wie hier schon gezeigt, über M.2, jetzt ganz neu, schließe ich eine SSD an, ersetze damit die Speicherkarte. Aber sobald ich größere Mengen an Speicher benötige, muss ich hier auf irgendwelche externen Sachen zurückgreifen, meistens ist es dann USB, das kann man machen, gibt aber alles so ein Gefrickel hin, was bisher x86 wesentlich besser konnte. Jetzt können wir solche Platten zumindest nativ ohne Umwege anschließen. Ist das für euch eine interessante Alternative oder bleibt ihr lieber bei x86? Schreibt's gerne auf uLabs.de, ins Forum zu uns oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.